Was Kunst für mich ist, ich blätter ganz gerne nur in Kunstbüchern, ich hab da eine ganze Menge, vom Picasso bis sonst was, aber es ist schön, ich muss auch, du siehst ja auch, ich hab Bilder und so weiter, also eine Wand ohne Bilder ist kein Rufen, die Bilder müssen irgendwie da sein, egal ob sie von Rufenkünstlern sind oder, jedenfalls sie müssen eingefallen. Ja, also das kommt ja nicht auf den Künstler drauf an, das kommt ja auch, die Musik, du hörst, die muss dir ja auch gefallen, also, oder hörst du die Musik nur weil der Künstler da gerade in ist oder, 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 weil sie dir, die Musik dir gefällt, also das ist doch, äh. Oh mein, ich konnte auch mal so luften. Das mach ich jetzt so, erstmal kann ich keinen Sport mehr treiben, oder andere Sachen, oder Kunst, das mach ich jetzt sehr gerne. Lieblingswerk, unterschiedliche Lieblingswerk sind die, die ganz einfach sind eigentlich, so wie dieses hier, wie Grazien, oder dies, und meine ersten Bilder zum Teil, dann ist das eben Endspurt, da sind doch Fahrradrennen, und dann hab ich mal versucht, sowas auch digital, also am Computer zu malen. Ich glaub, das geht auch einigermaßen, aber, da hab ich so drei Stück von, und dann ist mir letztens mal ein Computer kaputt gegangen, mit Festplatte und allem drum und dran, und da ist auch ein Programm drauf gewesen, und einfach von Windu oder sowas kaputt ist, und dann muss ich mich erst an ein anderes gewöhnen, vielleicht. Ja. Da kann man alles noch einzeln mit der Maus verwischen, und jetzt die neueren Programme, die kürzeren Knopf sind, wischt alles weg, und so weiter, und das ist manchmal nicht so schön. Einige wollte ich das ja nicht erzählen, aber mein Bruder, der konnte wunderbar malen früher, und das klappte alles, und ich konnte das immer nicht, wenn ich mir in den Maus stehe. Ich hab mal ein Bild abgemalt, das sah genauso aus wie seins, häng auch sogar an der Schule an der Wand, aber wo es weggenommen hieß, das hast du ja sowieso nicht selbst gemacht. Na ja, und ich hab mich dann auch nie weiter so umgekümmert, und dann kam das irgendwie durch mein Computer, hab ich ein bisschen versucht, mal so ein paar Striche zu machen, und dann wurde das irgendwie ein Bild, und dann haben einige gesagt, oh, das ist ja ganz gut, und dann hab ich weiter so, ich mach nicht an Computerspielen, nicht viel, und hab ich eben, und ich hab ich mich entspannt, ich bin seit 20 Jahren Rentner. Ja, also, da probier ich dann durch, ich sag ja, ich probier, guck, verwerfe, und versuch das damit, und das ist, das bin ich schon, experimentierfreundlich, sonst würde man das nicht so machen, hab ich alles selbst beigebracht, ich bin mit dem normalen Windows-Programm, dieses Paint, da hab ich drauf rum, und dann immer weiter, und ich hab auch nicht diese tollen, großen Photoshop und sowas, ich hab nur kein Net, als was ich mir so ein Internet genommen hab, ich mach auch lieber damit arbeiten, weil, ich weiß nicht, das ist entweder einfacher für mich, ich weiß das nicht, ich kenn die anderen nicht, Programme nicht so richtig, aber ich arbeite dann manchmal mit zwei, drei einfachen Programmen, und was der eine nicht kann, mach ich dann mit dem anderen weiter, oder so, und hin und her, so eine kleine Computerbastelei. Die ersten, die ich so gemaule, das muss so 10, 12 Jahre her sein, so genau weiß ich das gar nicht mehr, das ist, und das ist jetzt mir so auch viel eine Entspannung für mich, wenn ich da sitze, und so ein Lauf wie jetzt, da muss ich mich immer ganz schön, und immer da entspanne ich mich dann drauf. Ja, eigentlich setze ich mich hin, und hab gar keine Idee, oder sowas, wenn du jetzt das Bild nimmst, diese Damen mit Hut, ja, diese, nur Striche, da stand ich am, war ich am Computer, und machte ein paar Striche, und auf einmal hab ich dann nur so diesen Mundwinkel gesehen, und dann, zack, noch ein Knauf da drauf, auf den Hübzogen, auf den Strich, und ein Auge ran, und dann konnte ich, war das ein ganz gutes Gesicht, oder, so das erste mit, mit irgendeinem Strich, meinetwegen, Pferderücken, oder so, mein erstes Bild, mit, dann war so der Bogen, wie so ein Rücken, beim Fahrradfahren, oder so, und dann baue ich da drauf auf, das ist dann so, und ja, bei denen, da hab ich mal was anderes probiert, und das macht nicht auch viel Arbeit damit. Viele denken ja, wenn man mit dem Computer Bilder macht, man drückt auf den Knopf, und dann kommen die von alleine. Aber so ist das leider nicht. Es gibt ja Programme, wo viel aus dem Computer rausgeholt wird, und dann nur zusammengestellt, oder sowas. Aber bei meinen Bildern, da ist, also höchstens, dass ich manchmal eine Fotografie verwende, und die dann digital verändere, oder so, aber die meisten Sachen sind so, dass ich, äh, dass ich alles, äh, der Hand, jedes Stück, und dann immer weiter, und dann liegen die mal rum, und dann fängt man wieder drauf an, und so weiter. Das ist im Grunde genauso, als wenn ich an einer Staffel da stehe. Ja, verstehe. Und? Ja, ich hab jetzt so ein bisschen, zum Beispiel das Bild in den Scheren, oder, äh, Horizont nenne ich das, die sind so ein bisschen da, wie eine digitale Fotografie sozusagen, ne, also wie eine, aber das ist auch alles tatsächlich so mit, mit der Maus gemalt und gemacht. Ich nehm auch keine, ich hab's auch mal versucht mit dem, mit dem Tablett. Mhm. Nein, ich mach ja nicht. Mit der Maus. Wir können das gut mit unserer Koko-Initiatorin Lisa beschreiben, die sagt, ihre Kunst kommt aus dem Bauch raus. Und so ist das eigentlich bei mir auch. Mhm. Ja, also, das kann man so vergleichen, die macht natürlich ganz andere Kunst. Ja. Ja. Und so weiter, und ich mach eben digital, und auch so aus dem Bauch raus. Ich weiß nicht, also, was da nachher. Und das, manchmal, dann bin ich stundenlang an einem Bild und verwerf das dann, dann ist das wieder weg. Und manchmal klappt das eben, dann hast du das, ruck, zuck, und dann gefällt es. Was ist das? Rot, schwarz, alles, nein. Ich weiß, was ist das denn gerade? Komm, also. Ich hab sehr viel Rot irgendwo mal so als Punkt mit drin eigentlich. Ist noch keiner gekommen, aber ich könnte ja auch. Weiß ich nicht, ob ich das könnte. Also, wenn mir jetzt einer sagen würde, ich soll das und das machen. Ob das funktioniert? Kann sein, kann nicht sein. Ich hab mal angefangen mit meinen Hühnern. Ich hab so ein paar Hühner gemacht, so Freilandhuhn genannt, und, und, naja, und so verschiedene Sachen. Und da kam mal etwas, da wollte man eine, auch das für ein Kinderbuch haben. Aber die hat mich nicht wieder gemeldet nachher. Weil ich hier geboren bin und weil das meine Lieblingsstadt ist. Also, ich bin schon viel rumgekommen, aber ich hab noch nie so eine schöne Stadt wieder gesehen. Ja. Ja, das ist schön, interessant. Du hast es doch selbst gesehen, als wir eben hierher gefahren sind. Erstmal, dass das eine Hafenstadt ist. Hafenstadt bringt Leben in einer Stadt. Fremde. Wir Hamburger sind gewohnt daran, dass Fremde in der Stadt sind. Seeleute kamen. Wir sind eigentlich weltoffen. Und das ist das Schöne in Hamburg. Das kann sein. Ja, irgendwo das Abstrakte, was ich ganz gerne mache, und so weiter. Das ist, ob das nun weltoffen ist, ist eine andere Sache. Aber das Abstrakte oder so, das machen ja auch Künstler, die nicht in der Großstadt wohnen, in der Hafenstadt. Ja, das ist wahnsinnig. Also jedenfalls liebe ich meinen Armutsch. Und weil dieser mich auch gefragt hat, ob ich ihn mitmache. Und erst hab ich gedacht, ach, so weiter, jetzt runter nach links. Und ich weiß nicht, ob ich das schaffe und so weiter. Und jetzt hab ich dann... Und das ist dann auch so bei digital Bildern, die hast du alle im Computer. Und deswegen hab ich auch damals die Ausstellungen in Hamburg nicht mitgemacht. Du musst sie ja erstmal alle im Rahmen haben, wenn du eine Ausstellung machst. Und das ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Und deswegen hab ich das eigentlich nicht gemacht. Und jetzt hab ich so langsam angefangen, mir so Bilder im Rahmen zu... Und mich darauf einzurichten. Es ist ja lange Zeit bis dahin. Dass das eigentlich sehr vielseitig ist. Genaues kommt ja immer erst langsam raus, was überhaupt. Aber dieser Weg jetzt von Bingen nach Mainz und so weiter, den die vorhaben mit verschiedenen Künstlern. Und dass das international ist. Dass auch Leute, die in Schweden oder in Kanada oder wo ihre Kunst machen, über Internet... die in Schweden ausstellen können und so weiter, bei dieser Gelegenheit. Ich weiß noch nicht genau, wie die Ausstellungsorte sind. Ich glaub, Hotels und... Aber so viel weiß ich da noch nicht. Ich hoffe, dass meine Bilder einigermaßen gefallen. Ich höre immer so, dass das einigermaßen ankommt. Man malt aber auch sehr viel für sich.